So, ich bin's wieder, der Flo vom Fotodinkel und wir sind jetzt hier am Stand von Sennheiser und da wir als Dinkel ja Sennheiser Partner sind und auch selber mit den Geräten sehr, sehr gerne arbeiten, haben wir uns gedacht, wir machen uns einen Abstecher hier und haben auch, falls ihr das hier seht, ein neues Produkt, das also so ein bisschen revolutionär in dem Bereich der Mobiltonaufnahme für die Videos da ist, nämlich das Memory Mic. Das Memory Mic ist ein kleines Lavalier-Mikrofon, das ansteckbar ist, das über Bluetooth funktioniert und im Endeffekt, was das Ganze besonders macht, weil ein normales Bluetooth-Mikro ist ja in dem Sinne nichts Besonderes, sondern das zeichnet intern auf. Das hat einen internen Speicher, einen internen Akku, der bis zu vier Stunden hält und dieses Mikrofon hat die Besonderheit, selbst wenn die Verbindung abreißt, zeichnet es weiter auf und dieses weitere Aufzeichnen ist normalerweise immer das Problem gewesen bisher, dass man es hinterher über den Schnitt oder ähnliches wieder zusammenfügen musste. Das ist aber hier jetzt nicht der Fall. Es wird nämlich hier einfach per Timecode ein Stamp generiert, der dann bei Wiederverbindung die Tonspur mit dem Video hinterher synchronisiert und das ist eine Geschichte für jemanden, der mobil mit dem Gerät unterwegs ist, der vloggt, der live vloggt etc. hinterher den Ton richtig gut haben will für eine Apple und ein Ei, also ein bisschen was über 100 Euro für dieses Mikrofon, wirklich eine tolle Neuheit hier hat und das geht sowohl für iOS als auch für die Android-Devices und ja, kann man bei uns dann auch demnächst kaufen, bestellen, wird es dann auch bald ausgeliefert bei uns und ja, also ansonsten kommt vorbei, wir haben auch alle anderen Sennheiser Produkte, sei es das AVX, sei es die kleinen MKE-Serien, tolle Soundqualität für ein super Preis-Leistungsverhältnis, kriegt ihr bei uns immer und auch wie immer dazu natürlich die komplette Beratung dazu. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Flo vom Fotodinkel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.